Wo geht's heute hin? Oh, ins Fuchsloch! Fuchsloch! Das wäre schnell, jetzt Kaffee. Ja, jetzt haben wir den Raum und den Bild angemacht und den Stress auch. Ja, gut! lógisch! Die ersten, die Spurinn, die Spuchsloch! Ja, deinpa! Ja, dein Pads! Ja, Gott! Ja, das ist schon ein Fuchsloch! Ja, das ist schon ein Fuchsloch! Ja, jetzt geht's schon ein Fars! Ja, ja! Ja, ja! Das war's für heute. 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 Oh, ein Video-Applaus. 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 Prost, 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 Prost! Prost, Prost! Danke, dass wir mit dem Heimann setzen. Prost! Prost! Ich habe einen Gerätser mit uns. Ich habe einen Gerätser mit uns. Oh, schaut ihr das an! Es ist zwar eine Umweltsünde, aber ... Nein, es ist gut. Es schaut vom Weiten aus wie ein sauberer Dalli. Ich sollte den vom Septen mithaben.